Das tut mir leid, aber deine Schwachstelle ist relativ einfach gefunden. Und zwar ist es der Bogen. Und wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Ich sag dir ganz ehrlich, ein Totem hat er von mir bekommen, aber mehr war für ihn nicht drinnen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, Fullprox... Oh, nein. Ich hab mich ehrlich gesagt schon ziemlich siegesicher gefühlt. Du bist jetzt... Also, ähm... Okay, ich glaube, das wird nochmal interessant. Ich glaube, wir nehmen uns mal lieber unser Spare-Totem wieder in die Hand.